Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal ScorpionPlays, Leute. Es gibt mal wieder eine Community-Episode, in der ich auf eure Clips, die ihr mir geschickt habt, reagiere. Habe ich jetzt glaube ich seit einem halben Jahr nicht mehr gemacht. Damals habe ich das ganze Deutschland sucht den Super Ninja genannt, aber das werde ich jetzt nicht mehr so machen, sondern ich werde einfach jetzt eure Clips zeigen. Ihr habt mir das geschickt, ihr könnt mir auch weiterhin welche schicken auf scorpionfortnite.web.de. Dort werde ich euch, ja, quasi dran nehmen, wenn ihr mir da was schickt. Ihr habt mir einiges wieder reingesehen, wir gucken uns jetzt die Clips gemeinsam an und reagieren drauf und schauen mal, was da für nice Sachen dabei sind. Vielleicht entdecke ich ja hier den Clip des Jahrtausends und den hat einfach noch keiner gesehen, man weiß es immer nicht bei diesem Format. Deswegen würde ich sagen, ich freue mich sehr auf die Clips, die wir uns jetzt anschauen werden. Let's go! So, hier ist der erste, absolut Nasenblut. Ach ja, bitte schickt mir die Clips nur als nicht gelistete YouTube-Links, Leute, weil alles andere kann ich nicht annehmen. Also keine Dateien direkt per Mail schicken, weil es könnte immer ein Virus sein, man muss immer vorsichtig sein. Ich würde sagen, let's go! LOL Alter, was ist denn das für ein Skill? Oh mein Gott, das war's komplett. Okay, das war schon mal vom Skill her wahrscheinlich das Schlimmste, was es jemals gab. Ach, das hat mir der Shorty das eigene Sinn. Ah, krass, okay. Der lädt auch manchmal Stream-Highlights von mir hoch. Okay, der nächste Clip ist am Start. Sieht ein bisschen aus wie PewDiePie, der Kollege. Das ist der Phantom Aim. War ganz nice, war jetzt nicht ultimativ krass. Sorry, dass ich jetzt übrigens das ein bisschen verdeckt habe. Aber normalerweise packen die die Facecam eigentlich ein bisschen weiter oben. Deswegen habe ich mich jetzt hier unten positioniert. War ganz nice an Nosecrop, aber ich würde sagen, da finden wir bestimmt auch was krasseres in meinem Ordner. Okay, hier haben wir den Z1 Noobs. Der snipet hier einen weg, sauberer Snipe. Im 50 vs. 50 Modus ist er unterwegs. Oh, er snippt noch einen schön weg. Er hat zwei saubere Hits bis hierhin. Drei Hits am Stück. Drei solide Snipes auf jeden Fall. Kann man auf jeden Fall lassen. Gratuliere dir zu dem Clip. Rip. Okay, rip. Ohne Sound leider. Okay, jetzt ist einen geholt. Bis jetzt noch nichts Besonderes. Gucken wir, was jetzt hier passiert. Irgendwas muss ja passieren. Sonst wäre es ja der Nothing Special One Shot der Vergeltung. Das wäre ja sonst sehr, sehr langweilig. Wir sind auf jeden Fall auf der Playsee unterwegs. So, jetzt schauen wir doch mal. Ich kann auch gar nicht einschätzen, wie alt der Clip ist. Auf jeden Fall wird der jetzt gerade verfolgt. Oh, warte. Als ob ihr jetzt alle holt. Nice. Schon mal sehr stabil. Kommt noch ein Kill. Jetzt noch Teammate retten, dann Baba. Oh, oh. Niceer Clip, Digga. Ohne Scheiß. Richtig nice. Der war richtig gut. Ja, der hat mir richtig gut gefallen. Also auf jeden Fall von Infinity Aims richtig, richtig stabiler Clip. Gibt einen Daumen hoch. Erste Runde nach zwei Monaten ist der Betreffend, dieser Mail. Oh, er spielt Kampf Pro. Loll. Oh Gott, Digga. Hätte ich in Fünfer schon töten müssen. Oh Gott. Was? Ich weiß, warum erste Runde nach zwei Monaten auf jeden Fall. Boah, das mit Kampf Pro zu bauen ist echt legendär. Also hat er am Ende echt gut gelöst, muss man sagen. Stabil auf jeden Fall. Ich wollte auch eine Sache ankündigen, und zwar am Wochenende, wenn BO4 rauskommt. Wir werden sowas von durchdrehen mit Streams, Leute. Auf jeden Fall am Wochenende frei halten für Marcel. Wie ihr seid dann bei anderen Streamern am Start, Leute. Das COD-Recht, das räume ich mir aber ein an der Stelle. Also kommt vorbei am Wochenende in meinem Stream. Legendenclip, was auch immer er versucht hat. Genau solche Titel liebe ich. Das COD-Recht, das COD-Recht, das COD-Recht, das COD-Recht. Das COD-Recht hat sich auch immer wieder zu haben. Pass auf, das ist der mit vielen Leben. Hä? Ach, die haben einem random zugeschaut. Warte. Das COD-Recht hat sich auch immer wieder zu haben. gemacht. Pass auf, das ist der mit vielen Leben. Ja, das sah nicht gut aus. Die Reaction ist gut. Die Reaction ist sehr gut, gefällt mir der Clip. Ja. Okay, der hat hier einige reingeschickt. Das war ein richtiges Brett. Alter, das war ein Brett. Holy moly. Stabil. Okay, wir hoffen, dass der richtig geile Clips hat, der Gringo. Gucken wir mal weiter. Ah, Fußball-Skin. Auch wieder No-Scope. Auch stabil. Ja. Oh, oh. Ja, boom. Ehre genommen, Krieger. Ehre genommen. Richtig nice, Mann. Der ist richtig gut, der macht nice Sachen. Oh, da ist einer Z-Scorps, sein Kollege. Na dann. Gelasert auf jeden Fall. Muss man ihn lassen. Oh ja, Impulsgranate und Shotgun. Geil Mann. Okay, das gefällt mir gut. Der Typ hat mir richtig solide Sachen geschickt, Mann. Rest in Peace. Tommy Gun Beste. Also Gringo, richtig, richtig gute Clips, Digga. Das gefällt mir. Das ist Baba. Oh nein. Mich hat wieder irgendwo jemand angemeldet. Tag der Deutschen Geilheit. Oh nein. Schöner 3er Team-Klatsch. Kannst mich auch gerne verlinken. Na dann, wie heißt der? Justin D. Boah, der wollte aber auch. Der wollte es. Ich schwör's euch. Der wollte gesnipet werden. So wie er rausgeguckt. Trink für uns, trink für uns. Hab ich? Hab ich? Ja, war solide. War gut, war gut. War jetzt nicht überkrass, aber war gut. Justin Klippner. Das klingt ja schon mal vielversprechend. Collateral? Halt's im Maul niemand. Hau, Digga und ich noch kleiner einstellen, glaub ich, als er. Kann ich mich bauen. Schau rein. Zwei pushen uns von L. Zwei pushen uns von L, Alter. Ich brauch Hilfe bei. Ich hab zwei. Nice. Uuuuh. Collateral! Alter, das ist die einzige Möglichkeit in Fortnite einen Collateral zu machen, wenn du mit einer Shotgun einfach zwei triffst. Boah, das war ja ein unnormal krasser Clip. Vor allem, es ist ja nicht nur der Collateral, sondern dass er davor auch noch zwei holt. Das ist, das ist richtig nice, man. Ohne Scheiß. Boah, Collateral! Oh mein Gott! Digga! Das ist nice. Keiner von seinen Teammates sagt irgendwas dazu, obwohl es absolut nice war. Krass, okay. Nice das Ding, Digga. Nice das Ding. Ich mag das auch mal, wenn man die Reactions hört. Das finde ich immer richtig gut. Also, das sind meine Lieblings Clips. Uuuuh, nice. 521 Meter juckt dir nicht. Und jetzt? Uuuuh! Lol, das ist ja sick. 242 und 258, nee, 221 und 258 oder so. Das ist schon krass, also der Typ kann schon verkaufen geh, in der zweite Digga. Holy, der kann aber richtig verkaufen. Oh Gott, Sniperclip mit Nintendo Switch. Oh, brauner Maroc sogar mein treuer Subscriber auf Twitch, da freu ich mich. Auf der Switch, aber auch. Oh mein Gott, was ist denn da für Bots rumlaufen? Ich muss mir eine Switch kaufen, Freunde. Oh mein Gott, was sind das für Bots? Guckt euch die mal an. Was ist das? Digga. Ich muss mir eine Nintendo Switch kaufen. Jetzt sofort am besten. Digga, das war ja zu krass. Fortnite fail. Oh. Digga, wieso ist die Falle nicht ausgelöst? Ach, es war Zeitüberschreitung. Ich habe mich schon gewundert. Guckt mal oben links. Genau, wann die Zeitüberschreitung kommt. Er war nämlich in der Falle. Er war in der Falle. 100% habe ich mir nämlich schon gedacht. Und jetzt stirbt er deswegen. Oh, ist das mies, Digga. Ist das mies. Ohne Scheiß. Das tut weh. Das tut aber richtig weh. Ehre genommen. Also Twitch-Clips gehen auch. Alles geht, solange ich nichts runterladen muss. Also Twitch und YouTube gehen. Oh, das ist Igor. Okay, schauen wir mal, was Igor jetzt macht. Uuuuh. Und noch ein Laser ausgepackt. Okay, das ist nice, Digga. Das ist auf jeden Fall stabil, Mann. Dreier-Klatsch zum Sieg. Das klingt auch gut. Wie, 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 wie. Was macht er hier drinnen? Ich bin tot, weil Gott ist tot. Bautismus. So lächerlich wie die Spiele, ne. Kämpfeide, alle drei im Satz. Okay, er ist auch alleine. Er ist alleine gegen drei. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Was soll ich tun? Okay, das sieht so ausweglos aus gerade. Was soll ich tun? Ich verstehe nicht, was ich tun soll. Ich verstehe nicht, was ich tun soll. Ich verstehe nicht, was ich tun soll. Ja, Junge, wenn du das klatschst, ne. Ich verstehe nicht, wenn du das klatschst, ne. Ich verstehe nicht, was ich tun soll. Ja, er weiß schon, dass er es schaffen wird. Ich merke zwischen anderem. Ich verstehe nicht, was ich tun soll. Digga, wie ein Sohn gefickt, Alter. Der ist unter dir. Der ist hinter dir unter dir. Marcel. Er ist richtig nervös, jetzt. Alter. So auseinandergenommen, wir sind gesund. Ohoho. Der Typ ist komplett lost. Bester runter, ja. Schien schüttt dann nach Sniper auf. Verlass nicht den Highland, Digga. Verlass nicht den Highland. Ja, ich habe so, ich habe das einzige, was ich habe, sind 90 an Eisen. Der Typ macht da richtig Skirmish-Taktics da unten. Pass auf, der hat mir gerade absolut einen Headshot mit Sniper gegeben. Wow. Macht sie. Nice, wirklich krasses Klatschplay. Also, am Anfang hätte ich gedacht, das kann man gar nicht überleben. Hat er richtig, hat er richtig nice gemacht, doch. Geiler No-Scope in Fortnite. Dann zeig mal her. So ein Vorbeifliegen, so einmal kurz rüber geschaut. Guck mal so. Oh, hi, du bist auch da. Ciao. Ah, nice, Digga. Fortnite Easy 3 Kills. Rest in Peace, John Wick. Ach, mit der, mit der Armbrust? Boah, das ist vom dritten, vierten, das hat er mir damals schon geschickt. Krass. Was sind das für Bots aber auch? Die bewegen sich nicht mal. Fail am Ende, Grüße gehen raus an Nico. Das ist der Clip von Frank. Okay, die Lenkrakete ist am Start. Geht das nicht in HD, das Video? Nee. Hat er sich gedacht, scheiß auf HD. Irgendein Fail sollte passieren. Ich hoffe, dass er sich selber damit erschießt. Ah, sehr gut. Dies, der war aber mal genau im richtigen Moment platziert. Also, zwei Squats in 50 Sekunden. Okay. Der rapte ja jetzt absolut. Er spielt mit Kampf Pro. Ah, wir sind gerade wieder im April mit den Clips. Ah, okay. Ich bin deswegen so weit runtergerutscht. Wir gehen noch Double Pump des Todes. Von der Seite, von der Seite, von der Seite. Krass, so lange gibt es schon die Heavy Pump? Okay, Leute, dann würde ich sagen, ganz einfache Aufgabe. An euch, Freunde. Schickt mir auf jeden Fall neue Clips, damit ich auf was Neues reagieren kann. Kann ja nicht sein jetzt, ne? Das ist ja quasi... Ich kann jetzt nicht auf uralte Clips reagieren, Freunde. Also, schickt mir auf jeden Fall Clips, wenn ich mich drüber freue. Lasst gerne ein Like da. Ich fand den Collateral am besten heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Bis dahin. Und ciao, ciao. 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 Ciao.